Hiho und willkommen zurück bei liebem Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforums. Hier! Sofort! Schnell! Für die Freiheit! Sie sind überall! Ja, wir sind im Finsterweergebirge. War das eine Katastrophe, ist mehr oder weniger... Feucht mich, ich hab meinen Befehl! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Also jedenfalls, die letzte Folge, letzte Aufnahme-Session war hier eine Katastrophe wieder mal. Haltet durch, Männer! Weil hier einfach viel zu viele Feinde rumpusseln. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Auf mein Kommando! Ihr könnt ruhig mithelfen. Für die Rune! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Bereit! Sofort! So. Deswegen haben wir ja... Also... Und los! Wir haben versucht, eine Zwerg-Siedlung hochzuziehen. Das ist... Vorwärts! ...komplett gescheitert. Sofort! Deswegen gehen wir jetzt erst einmal gucken, wo es hier lang geht. Weil wir haben auch irgendwann die Meldung gehabt, dass wir von hinten angegriffen werden. Zur Ehre Aronius! Schnell! Sofort! Oh, ein Blutaffe. Also hier kommen wir irgendwo da oben zu den Affen hin. Auf mein Kommando! Fühlt wie sie überall! Schließt die Reihen! Zu Befehl! Unverzüglich! Haltet durch, Männer! Für die Rune! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! So, der Hirnsticher muss weg. Oh, da ist der Aronius. Schlagt sie zurück! Auf mein Zeichen! Und los! In die Schlacht! Verstärkt die Deckung! Also hier sind Felsen im Weg. Sie sind überall! Und die Augenhafen können betäuben. Ja! Und schön! Zu Befehl! Stehe bereit! Bereit! Taut los! Mir nach! So, hier geht's auch irgendwo hin. Wir haben bald wieder ein Level ab. Unser... Nicht der Kampf im Koloss, im Pladiatoren-Training. Ja, brauchen wir noch zwei Stufen. Also jetzt... Ein... Ein Drittel. Und hier gibt's auch eine heilige Stätte. Bereit! Und los! Mir nach! Noch, die wir reinigen müssen. Und los! Folgt mir! Könnte sogar da oben sein, wenn wir Glück haben. Mir nach! Oder hierhin. Folgt mir! Ja, hier sind auf jeden Fall viele Affen. Und tun und bis jetzt noch keine Welt hoch. Bringen wir es zu Ende! Haltet durch, Männer! Okay, Schreiaffen, die können... Au! Ah! Wahrscheinlich ein... Sie sind überall! Schmerzspur oder sowas. Blutaffen. Haltet durch, Männer! Ihr könnt ja einen von euch versteinern. Das hilft. Schließt die Reihen! Das vergesse ich irgendwie mal wieder, dass ich die versteidern kann. Hier, folgt mir! Hier, mir nach! Aber ich glaube, hier geht es runter ins Tal. Ja, hier geht es runter zu den Gegnern. Hübscher Armee. Auf mein Kommando! Und los! Also ja, unter einer Ereignung, wie kann ich das mit den Gegnern hier alle vergessen? Das heißt, ich habe noch die Möglichkeit, zu gucken, was hier oben ist. Schnell! Dann werde ich mal beide Monumente befreien. Und da sehen wir weiter. Vielleicht machen wir dann auch erstmal einen taktischen Rückzug. Schnell! Sofort! Ich glaube, der Angriffstimer fängt erst an zu laufen, wenn wir das Tor geöffnet haben, wo wir die Kartei gewohlt haben. Oh, wir haben hier sogar schon vier Karteikrieger. Bereits! Und los! Mir nach! Aber die sind, wie gesagt, auf der anderen Seite gefangen. Sofort! Schnell! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung verstanden! Wenn ich nicht was überrasse, du bist mein! Die Pretoriade einfach mal für euren Diensten festhalten. Noch mehr Blutaffen da oben. Hier oben wären sogar doch Steine. Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! So, einer ist versteinert. Verstärkt die Deckung! Auf meinem Befehl! Zur Ehre Aronius! Jetzt ist er versteinert und verwirrt. Hier! Mir nach! Bereit! Folgt mir! Schnell! Zum Angreif! Geister Arme! Okay. Keine Ahnung, was der Karte ist. Sie sind überall! Versteinern wir ihn mal. Okay. Auf mein Zeichen! Gut. Sofort! Für die Rune! Oh, hier unten sind Dämonen. Das heißt, ja, da ist das Netz. Feindlicher Angriff! Liegt zum Reinigen. Ja, vorwärts! Folgt mir! Oh, ein Hirnstecher. Bereits! Und los! Mir nach! Die Rune ruft! Okay, gerade der Vitalist ist unter Hypnose. Das ist sehr interessant. Fürst Bongo. Der Affenanführer, so wie es aussieht. Auf mein Kommando! Die Rune befehlt. Mir nach! Und los! Vorwärts! Vorwärts! Und los! Für die Rune! Okay, kann ich die versteidern? Nein. Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Okay. Eine Hartdeko-Puppe, einen Ring. Rüstung der Wacht, Beinlinge des Galiteros. Hier, sofort! Gut. Fürst Bongo hat er mit ausgebockt. Folgt mir! Folgt mir! Aber können wir uns ja jetzt um die Dämonen hier kümmern. Das hilft uns vielleicht sogar. Auf mein Kommando! Ja, vorwärts! Irgendwer fehlt hier doch noch. Ach so. Stehe bereit! Du bist unter Hypnose. Okay, Bongo kann auch Hypnose. Auf mein Zeichen! Zu euren Diensten! Alles klar! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Haut sie kaputt. Auf dem Weg! Halte durch, Männer! Autsch! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Okay, dann könnte ich ihn theoretisch gleich durch die Heilerin ersetzen. Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Und los! Mir nach! Sie sind überall! Halte durch, Männer! Hier wuchs einmal ein prächtiger Baum, vor dem allerdings nur noch verflaute Reste übrig sind. Der Ort wirkt verdorben und ein übler Geruch steht hinter der Luft. Zwischen den Resten des Baumes findet sich noch eine Bulle mit fruchtbarer Erde. Den Baum samt der Triade einpflanzen. Aus dem Samen der Lebensalbeschießen grüne Sprösslinge hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum an diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verdrängt die Reste des Alten und erstrahlt in einem frischen Grün. Eine Auffahrt der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen. Der faulige Hauch verflüchtigt sich. Ihr habt den Ort gereinigt. Auf meinem Empfehl! Folgt mir! Ja. Ich habe aber noch einen Samen der Lebensalbe. Okay. So, sacken wir mal ein, was hier ist und geht sozusagen Monument bald zurück. Ich hoffe ihr nehmt nicht den doofen Weg. Aber solltet ihr eigentlich nicht, solltet den Weg nehmen, hoffe ich mal. Gut. Ja, da ist eine Priesterruhne. Hat zwar ein etwas niedrigeres Level. ... Virginie. Interessanter Name. So, was kannst du leben? Natur, Ei, Eis. Oh, praktisch. Intelligenz, Weisheit, Charisma, kriegst du gerne. Äh, Funkenschild. ... ... ... ... ...